Herzlich Willkommen zu unserem Posane Podcast von jedem Wort leben. Was passiert nach Ihrem Tod? Was passiert, nachdem Sie Ihren letzten Atemzug getan haben? Dies ist eine der größten Fragen des Lebens. Sie können die Antwort nicht durch Erfahrung erfahren, aber Sie können die Antwort lernen. Der Schöpfer des menschlichen Lebens hat auf den Seiten der Heiligen Bibel offenbart, was nach Ihrem Tod geschieht. Die Bibel offenbart, dass Ihr Körper nach dem Tod zu Staub wird und Ihr Geist aufhört zu funktionieren. In Psalm 146 in den Versen 3 bis 4 heißt es, dass der Atem des Menschen ausströmt und er zur Erde zurückkehrt. An demselben Tag vergehen seine Gedanken. In Prediger 9, Vers 5 heißt es, dass die Toten nichts wissen. Sie wissen nichts mehr. Viele Menschen glauben, dass jeder von uns eine unsterbliche Seele hat, die nach unserem Tod im Himmel, in der Hölle oder im Fegefeuer weiterlebt. Aber diese und andere Bibelstellen widersprechen diesem Glauben. Nun leben Menschen, die sündigen, für immer im Höllenfeuer? In Römer 6, Vers 23 steht, Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir wissen von Hesekiel Kapitel 18, Vers 4 und Vers 20, wo ganz klar erklärt wird, dass die Seele die sündig sterben soll. Aber was ist der Tod? Es ist die Abwesenheit von Leben. Völlige Bewusstlosigkeit. Totales Vergessen. Wenn sie sterben, sind sie tot. Wenn eine Seele unsterblich wäre, könnte sie nicht sterben. Und in Römer Kapitel 3, Vers 23 steht, dass wir alle gesündigt haben. Nun, was ist mit dem Himmel? In Johannes 3, Vers 13 heißt es, Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, als nur der, der vom Himmel herabgestiegen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Nun, in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 29 heißt es, dass König David, einer der geistlichen Giganten der Bibel, nicht in den Himmel gekommen ist. Er ist tot und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf den heutigen Tag. Die Bibel offenbart, dass die Seele nicht eine unsterbliche geistliche Substanz ist. Es geht einfach um eine lebende Entität, eine Einheit. In 1. Mose 2, Vers 7 können wir sehen, dass der Mensch keine unsterbliche Seele besitzt, sondern dass der Mensch eine Seele ist. Oder ein lebendiges Wesen, wie die Lutherbibel es übersetzt, das Wort Seele oder Wesen. Und das kommt von dem hebräischen Wort Nefesh. Und das ist einfach ein physisches Lebewesen. Dasselbe Wort wird auch für das Leben der Tiere verwendet und dort mit Kreatur übersetzt. Und das können wir in 1. Mose 1, Vers 20 und 21 sowie in Vers 24 nachlesen. Also nach dem Tod vergehen alle Gedanken und ein Körper kehrt zurück zu dem Staub, von dem er gemacht wurde. Wie wir von 1. Mose 2, Vers 7 und 3, Vers 19 wissen. Gibt es also ein Leben nach dem Tod? Die Bibel zeigt, dass es es gibt. Der Prophet Daniel schrieb in Daniel Kapitel 12, Vers 2 Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande und ewiger Verachtung. Und sie können später selbst die Verse in Johannes 5, Vers 21 sowie Vers 25 und die Vers 28 bis 29 nachlesen. Sowie Apostelgeschichte Kapitel 24 und Vers 15 und Offenbarung Kapitel 20, Vers 5 bis 6 und die Verse 11 bis 13. Dort besagt die biblische Lehre, dass es eine zukünftige Auferstehung von den Toten geben wird. Diese Auferstehung von den Toten ist tatsächlich eine der grundlegenden Lehren der Bibel, wie wir in Hebräer 6, Vers 1 bis 2 lesen können. Und vor allem in Offenbarung 20, Vers 4 und 5, wird eine zukünftige Auferstehung der Heiligen Gottes beschrieben. Und sie lebten und herrschten mit Christus tausend Jahre. Dies ist die erste Auferstehung. Das können wir dort lesen. Am Anfang von Vers 5 wird in einem Nebensatz ein Hinweis auf eine zweite Auferstehung eingefügt. Die übrigen Toten aber lebten nicht wieder, bis die tausend Jahre vollendet waren. Diese zweite Auferstehung wird in den Versen 11 und 12 näher beschrieben. Alle Menschen, die jemals gelebt haben, werden zu einem zukünftigen Zeitpunkt wieder zum Leben erweckt und dann danach beurteilt werden, was sie mit ihrem Leben gemacht haben. Und da es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, und wie es den Menschen einmal bestimmt ist, zu sterben, danach aber das Gericht, lesen wir in Hebräer 9, Vers 27. Und in Offenbarung 20, Vers 12 beschreibt es dieses Gericht. Alle Menschen, die dann auferstanden sind, werden nach den Büchern der Bibel gerichtet werden. Sie werden dann die Gelegenheit haben, den wahren Gott, der sie auferweckt hat, zu erkennen und ihm zu gehorchen, das Geschenk des ewigen Lebens zu erhalten. Wenn sie sterben, erlicht ihr Bewusstsein. Aber beim nächsten Augenblick des Bewusstseins kommt die Auferstehung. Nun, welchen Zweck verfolgt Gott, wenn er Menschen das Leben schenkt, sie sterben lässt und sich später wieder auferstehen lässt? Warum gibt es mehr als eine Auferstehung? Die Antworten auf diese Fragen offenbaren eine der inspirierendsten Wahrheiten, die sie sich vorstellen können. Um Gottes Meisterplan für die Erschaffung der Menschen zu verstehen, dann bitte beantragen Sie unseren Bibelfernlehrgang. Besonders die Lektionen 5 bis 8 geben Ihnen ausführliche Anweisungen und Informationen über was der Mensch ist und was das Ziel Gottes für den Menschen ist. Ob es ein Leben nach dem Tod geht und wie Sie dieses Ziel erreichen können. Unsere Literatur können Sie wie immer kostenlos per E-Mail beantragen unter info-at-die-posaune.de Es wird Ihnen kostenlos zugeschickt, ohne Versandkosten, ohne Nachfragen und wir freuen uns, diese Literatur als kostenlosen Bildungsdienst für Sie zur Verfügung stellen zu können. Also, wenn Sie uns kontaktieren möchten und die Literatur beantragen möchten, können Sie das tun unter unserer E-Mail-Adresse info-at-die-posaune.de Lassen Sie uns also bis zum nächsten Mal wieder eilen nach streben, vollkommener von jedem Wort Gottes zu leben. Amen.